Christus, du bist meine Hoffnung, mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Auf den Personalschef und den stillvertretenden Generalvikar. Herr Bertha? Kriminalpolizei. Wie kann der Junge das so beschreiben? Ihr wisst, dass da nichts dran ist. Oliver, was, wenn jetzt einer mit Dreck? Und es ist nur eine Frage der Menge, ob da was hängen bleibt. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Das heißt nicht, dass du weißt, wie er ist? Das ist ein Foto. Davon gibt es Dutzende. Sieht merkwürdig aus. Verfolgen Sie mich? Ich versuche einfach zu verstehen, was passiert ist. Dass Ihr Freund mein Kind angefasst hat. Wir müssen sehr ernsthaft in Betracht ziehen, dass Pfarrer Bertram das Opfer einer Falschbeschuldigung wurde. Wir haben uns. Wir haben uns ja wieder zu Hause, da kippen die Westen auf. Mensch, Rott will hier keiner hören. Willst du nicht hören? Wir müssen dem nachgehen, Herr Kardinal. Wir müssen vor allem barmherzig sein. Da steht, Kinder! Ich habe niemanden missbraucht. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Wir haben unsere Glaubwürdigkeit lange verloren. Was Ihr Sohn jetzt braucht, ist Heilung. Du weißt doch, wer ich bin. Die Kirche ist eine Mutter und eine Mutter schlägt man nicht. Überleg dir gut, auf welcher Seite du stehst. Die Kirche ist eine Mutter schlägt man nicht.